Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Euren Podcast für Filmbesprechungen und gute Laune. Nehmt Platz hier am Filmstammtisch und erfreut euch an unseren Filmbesprechungen, die wir extra für euch aufgezeichnet haben. Und wie immer hatten wir die Gelegenheit, fast alle Kinostarts, die in dieser Woche starten, vorab zu besprechen. Nicht nur, dass wir diese Woche allein insgesamt fünf Specials zum Fantasy Filmfest rausballern. Nein, wir haben auch wieder jede Menge Besprechungen für euch von eben Kinostarts und auch von Heimkinostarts dabei. Insbesondere die Streamingportale sind da wieder dabei gewesen. Und das hier ist eine Ausgabe, die sich ausschließlich Kinofilmen widmet. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Faking Bullshit. Da geht es, glaube ich, um Polizisten, die in ihrem kleinen Kaff ein bisschen Action machen müssen, um die Statistik nach oben zu treiben. Diesen Film haben für euch Bergstu und Werner geschaut und besprochen. Dabei wünsche ich euch besonders viel Spaß. Es folgt die Besprechung des Films Kiss Me Kosher. Hier geht es, glaube ich, um zwei Frauen, die sich ineinander verlieben. Die eine ist Hüdin, die andere ist Deutsche. Was genau das für Probleme zur Folge hat, weiß ich nicht. Das können euch in dem Fall nur Mo und Nina sagen, die den Film nämlich gesehen und für euch besprochen haben. Im Anschluss gibt es dann noch die Besprechung zu einem Film mit dem Namen Kinjaja. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das ist. Aber Janine, Mo und Piet haben sich hier für euch vorab den Pressescrüner gegeben und den Film ebenfalls ausführlich besprochen. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich sehr auf euer Feedback, das ihr gerne hinterlassen könnt. Auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload sowie im Blog unter tele-stammtisch.de. Dort habt ihr die Möglichkeit, in zum Beispiel den Kommentaren einfach mal zu schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen haben. Ob ihr selbst mal daran teilnehmen wollt an diesen Besprechungen. Denn zum Beispiel Faking Bullshit war ein Film, den der Werner zumindest, weiß ich, vorab in einer Sneak Preview gesehen hat. Und da wäre es doch voll toll, wenn ihr vielleicht auch mal in so einer Preview gewesen seid und dann vorab eben Filme gesehen habt und mit uns zu besprechen wollt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Wir freuen uns auf euch. Ebenso wäre es cool, wenn ihr uns bewerten würdet. Auf zum Beispiel Apple Podcast, Füth, Facebook, Google.de, Podcast.de oder vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Und es wäre voll toll, wenn ihr das zählt. Denn Podcasts wie der unsere, das sind kleine Podcasts. Und unser Lohn ist quasi das Feedback, das ihr uns gebt. Ladies and Gentlemen, es war mir eine wahre Freude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Films Faking Bullshit, Kriminelle als die Polizei erlaubt. Wir werden heute ein bisschen Talking Bullshit betreiben und mit wir meine ich mich. Hallo, ich bin der Stu und der Esel nennt sich immer zuerst. Das ist mir jetzt aber egal. Und dann haben wir noch den Berg. Grüß dich, Berg. Hallust du. Und den Werner. Grüß dich, Werner. Moin, moin. Leute, Faking Bullshit startet am 10. September in den deutschen Kinos. Und bevor wir jetzt darüber reden, ob das ein Grund zur Freude ist oder nicht. Wer von euch möchte denn mal kurz wiedergeben, worum geht es in dem Film überhaupt? Das haben wir im Vorgespräch nicht ausklamüsert. Das heißt jetzt, überrascht mich. Ja, das kann ich ganz schnell übernehmen, weil die Story ist ja recht dünn, was aber nichts Schlechtes sein muss. In dem Film, da geht es um eine Kleinstadt, irgendwo in Nordrhein-Westfalen. Und die Polizisten führen ein zu ruhiges Leben, weil die Kriminalität sich sehr in Grenzen hält. Und das ist dann der Grund, wieso dann Tina vorbeikommt, um die Wache aufzulösen. Und von da an sorgen die Polizisten dann dafür, dass die Kriminalität wieder zunimmt, damit sie ihren Job nicht verlieren. Und ja, wir erleben die Reise eben an vorderster Front mit. Okay, danke. Das hast du wunderbar zusammengefasst. Der Film ist ein Remake des schwedischen Films Cops. Ich glaube, der ist so aus den Anfang der 2000ern. Hat den einer von euch gesehen? Ich leider nicht. Ich auch nicht. Okay, dann bin ich der Einzige. Der Film war damals ein relativ großer Hit. Und es gab sogar Gerüchte, dass Adam Sandler ein US-Remake drehen will. Daraus wurde jetzt nichts. Stattdessen hat es jetzt in Deutschland Alexander Schubert getan, der damit seine Regie-Debüt abliefert und auch das Seebuch geschrieben hat. Wir kennen Alexander Schubert die meisten wahrscheinlich als Ensemble-Mitglied der Heute-Show. Und aus diversen anderen Sketch-Formaten. Ja, jetzt hier sein Regie-Debüt. Werner, hattest du das Gefühl, dass man merkt, dass es die erste Regie-Arbeit der Regisseurs ist? In einigen Punkten durchaus, weil die Produktion war jetzt in vielerlei Hinsicht nicht unbedingt, ja, Top-Level kann man sagen. Durch die Bank gelungen, aber nichts, was man als Meisterwerk betiteln kann. Wie siehst du das, Berg? Würde ich mich im Großen und Ganzen anschließen, weil einfach der Film, wie er gemacht ist, einfach solide ist, um die Story zu transportieren. Es ist aber draußen herum, was jetzt so Kamera und Einstellung und Ablauf und sowas angeht, jetzt nicht irgendwie außergewöhnlich. Aber es funktioniert, es trägt die Story und das ist eigentlich hier das Wichtigste. Was ich ja ganz schön finde oder fand an dem Film ist, er sieht halt auch aus, als ob er in Deutschland gedreht wurde. Man hat es ja oft so bei vor allem etwas größer budgetierten deutschen Komödien. Ich nenne jetzt keinen Namen, aber reibt sich auf Laiga. Da sieht Deutschland immer so aus, als wäre es eigentlich Chicago oder Los Angeles. Und deswegen gefällt es mir ganz gut, dass er den, ich nenne es mal Lokalkolorit, dieser NRW-Gegend relativ gut eingefangen hat. Aber ich finde auch insgesamt, man merkt schon, dass da noch eine gewisse Sicherheit in der Inszenierung fehlt. Was ich hingegen wirklich vollkommen grandios finde, ist die Besetzung, denn ich kenne ein paar Leute davon, also nicht persönlich, ich habe ein paar Filme mit ihnen vorab gesehen. Aber es sind nicht dieselben Pappnasen wie sonst immer dabei. Das hatte was Erfrischendes. Absolut. Das stimmt. Vor allen Dingen, weil, ich sage mal, es sind zwar bekannte Leute, aber noch keine, die jetzt irgendwie einen besonderen Stempel schon haben. Also die funktionieren in diesen Rollen und als Ankerpunkt hat man dann einen Bjarne Mädel in dem Film, den man einfach kennt, aber der halt keine Riesenrolle gekriegt hat, aber eine wichtige auf jeden Fall. Und der macht halt dann Spaß, daran hält man sich so ein bisschen dann fest. Und alle anderen drumherum machen genau das, was ihre Figur machen soll und das ist eigentlich dann auch das Ziel der Übung. Werner, hast du noch irgendwas dazu beizutragen? Ich klinge schon, es klingt jetzt so ein bisschen wie in der Schule. Werner, hast du noch irgendwas dazu beizutragen? Ja, durchaus. Und zwar hat mich dieser Erkan Acker in vielen Stellen oft an Elias Mbarek erinnert und das war dann ein Thema nach dem Kino, wo wir uns alle einig waren, dass das irgendwie oft solche Momente gab, wo man gedacht hat, okay, das ist jetzt Elias Mbarek, den wir dort sehen. Nicht nur optisch, sondern halt eben auch so von der Umsetzung her, was den komödiantischen Anteil angeht. Allerdings ein bisschen für Arme. Also der Erkan Acker hat mir auch besonders gut gefallen, weil der so eine gewisse Natürlichkeit mitgebracht hat. Und interessant ist auch, dass Erkan Acker aktuell einer der Filmemacher und Schauspieler ist, der versucht so in Deutschland so einen frischen Wind aufzubauen. Er hat ja auch diesen Ronny und Clyde gedreht und auch mitgespielt. Der hat Baba Schneeflöckchen dabei und auch Faking Bullshit ist ein Film, der durchaus für eine breite Masse gemacht ist, aber der immer noch genügend Eigenheiten hat, damit er so ein bisschen heraussticht. Und ich wünsche diesem Erkan Acker, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, alles Gute. Ich glaube, aus dem könnte etwas werden. Also ich wünsche es ihm zumindest. Ich auch. Also ich bin da viel... Ja, so. Gehe ich mir auf jeden Fall mit. Mein Highlight, sage ich mal so, im Cast war tatsächlich die Figur, die Alexander Hörbe spielt, den Hagen. Da war es ein bisschen schade, dass so im Verlauf des Films die Figur ein bisschen in den Hintergrund rückt. Ganz am Anfang hat er, sage ich mal, ganz viele One-Liner, die für mich super funktioniert haben und die mit so einem furchtbar trockenen Humor rauskommen. Das hat mir eigentlich gut Spaß gemacht. Und die Figur, die war halt einfach auch gut geschrieben, weil sie ja mit der Beamtin, die in dieser Wache ist, eben dann auch liiert ist und sich dadurch so eine Schatzi-Mobbelchen-Dynamik dann irgendwie so einstellt. Das war irgendwie sehr charmant und hat gut reingepasst in dieses kleinstädtische Mief-Polizei-Wachen-Ding. Also mein Highlight war die Sanne Schnapp. Die hat da so eine, man könnte fast sagen, kalte, direkte Art an den Tag gelegt. Und hat einfach mal rausgehauen, was sie gerade gedacht hat, was gerade los war, ohne da groß Rücksicht zu nehmen. Und das hat für einige richtig gute Lacher gesorgt, muss ich zugeben. Jetzt ist es ja so, dass, also ich weiß nicht, ob ich mir da zustimmt, aber ich finde die Prämisse einfach super. Es ist einfach eine wunderschöne Idee, dass diese Polizisten selber Verbrechen mitgehen, damit sie nicht arbeitslos werden. Jetzt ist es ja so, dass diese Prämisse nicht unbedingt für den ganzen Film hält. Und deswegen wurde ja noch, ja, ich nenne es mal so eine Art Kriminalplot mit dazu gedichtet. Und ich muss leider sagen, sobald der immer mehr in den Fokus kommt, hat mich die Komödie echt verloren. Also es geht ja da so um, ich nenne es mal so Kunstdiebe und so. Ich möchte jetzt auf Spoilergründen nicht da ins Detail gehen, aber ich fand, da wurde die Komödie immer ein bisschen flacher und für mich auch ein bisschen langweilig. Du hast halt die Problematik, dass du hier schon eine Prämisse im Film hast, die natürlich schon ein bisschen surreal ist. Also ob das wirklich so funktionieren würde in der Realität, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Und deswegen hast du von Anfang an so ein bisschen so ein Blödelhumor und auch so ein Blödelplot. Der ist einfach gaga, das muss man annehmen und dann funktioniert das auch. Und dann, wenn du schon sagst, dann kommt eben dieser Plot dazu, der das Ganze eben ein bisschen strecken soll auf eine Filmlänge. Und der ist dann eher schon wieder fast in der Realität verhaftet. Und deswegen fällt das dort irgendwie ab. Das Gefühl hatte ich genauso. Und deswegen passt das so von der Art her des Humors nicht ganz so zusammen dann, weil das dann zu ernst wird irgendwo. Ich finde, das Problem war jetzt nicht unbedingt, dass es irgendwie zu ernst wurde, sondern einfach, dass die Thematik irgendwie mir nichts gegeben hat. Weil es ist eine gewisse Art von Kunst. Hinter dieser Kunst steckt dann auch eine gewisse Geschichte. Und dieser ganze Zusammenhang mit dem Inhalt der Kunst und was eben dahinter steckte, auch bezüglich den Personen. Das war einfach, ja wie soll man sagen, nicht unpassend, sondern einfach irgendwie langweilig und man könnte ja sagen unglaubwürdig. Aber das trifft ja auf so ziemlich den ganzen Film. Nur da stört es extrem. Ja, also unglaubwürdig waren dann auch gegen Ende so ein paar Entwicklungen und Zufälle, die dann auch Überhand genommen haben. Aber ich fand es wirklich schade, weil ich würde sagen, so bis zu der Hälfte hatte ich echt eine Menge Spaß mit dem Film. Aber danach, weiß nicht, hat er mich echt verloren. Was ich sehr schade finde. Was am liebsten daran ändert, dass ich das Ensemble immer noch großartig finde und hoffe, dass der Film trotz allem Erfolg wird. Obwohl er ja nicht nur Corona jetzt im Nacken hat, sondern eben auch andere Filme wie jetzt Tenet. Ja, und vor allem muss ich aber dem Film durchaus, ja wie soll man sagen, ein Lob dafür geben, weil er trotz allem hier und da noch die eine oder andere Überraschung parat hatte. Weil auch wenn man vieles, was kommt, nicht mag, so hat man nicht unbedingt damit gerechnet. Ja, wobei ich muss sagen, ich fand viele Überraschungen eher ein bisschen künstlich billig. Ja, also und vieles habe ich dann auch schon hervorahnen können, was ich jetzt nicht so schlimm finde. Aber wenn ich es vergleiche mit der zweiten Hälfte, die erste Hälfte fand ich kurzweilig, amüsant, charmant, liebenswert und die zweite Hälfte war dann irgendwie so notdürftig zusammengeflickert. Ja, noch so ein bisschen so eine Blaupause, um auch nochmal ein bisschen Action dann zu zeigen, um das ein bisschen noch spannender zu machen und um irgendwie auch eine gewisse Tiefe nochmal irgendwie zu bringen, hatte ich das Gefühl. Das kann man schon so sagen, ja. Ja, also der Film hätte auch ohne diesen Möchtegern-Plot funktioniert. Das hätte man sicherlich anders lösen können. Und wenn der Film jetzt, ja, 10, 20 Minuten kürzer gewesen wäre, das hätte ihm kein bisschen geschadet. Ja, mein Problem ist eben auch, ich kenne halt das Original. Das ist natürlich immer blöd, das heißt, ich vergleiche immer automatisch. Und das Original ist auch nicht perfekt, es hat auch seine Schwächen. Nur was das Original besser macht, ist zum Beispiel, es gibt diesen einen Polizisten in der deutschen Fassung, die gibt es auch in der schwedischen Version, die immer so Tagträume hat. Ja, wie er halt eben voll der krasse Actionheld wird. Und die sind im Original halt wirklich noch absurder und dadurch noch komischer. Und da fand ich es auch ein bisschen schade, dass sie das in der deutschen Variante einfach relativ lieblos fallen gelassen haben. Ja, genau. Der hat ja dann irgendwann so diesen Auftritt, wo er mal ein bisschen aus sich raus kann, aber so richtig ausnutzen tut man das an der Stelle nicht, das stimmt. Trotz allem möchte ich dem Alexander Schubert danken dafür, dass er jetzt einfach nicht so ein Blaupausen-Remake gemacht hat, also dass er sich einfach das Original eins zu eins abgefilmt hat. Dass er da schon zumindest versucht hat, auch eigene Akzente reinzusetzen, das finde ich, das ist lobenswert. Und lobenswert ist insgesamt bei dem Film meiner Meinung nach der Unterhaltungswert dank dem Humor. Denn auch wenn wir jetzt viel Negatives erwähnt haben, so hat bei uns zumindest der Kinosaal fast im Minutentakt gelacht, mal mehr, also gelacht, mal mehr, mal weniger. Aber ja, Langeweile ist was anderes. Der Film, der hat einen gut unterhalten, trotz zahlreicher Probleme. Ja, du hast jetzt den Vorteil eben, du hast ihn halt im Kino geguckt, mit dem Publikum, Kollege Berg und ich leider nicht. Wir haben ja einen Screener vom Verleih bekommen, vielen Dank dafür. Wenn man sowas im Kino guckt, ist das natürlich schon was anderes, glaube ich, als wenn du es jetzt zu Hause auf der Couch guckst oder vom Rechner. Deswegen glaube ich, dass der Film wirklich im Kino besser funktioniert als zu Hause. Ja, oder halt eben in Gesellschaft, wenn man jetzt mit den Jungs oder Mädels irgendwie was macht, so gemeinsam macht es mehr Spaß. Ich wollte ja, aber der Berg hatte keine Zeit. Ja, das tut mir leid. Die Distanz, die räumliche, die ist so groß. Und die emotionale, vergiss die emotionale. Nein, die war größer. Aber wir wollen jetzt hier keine schmutzige Wäsche in diesem Podcast waschen. Habt ihr noch irgendetwas, weil ansonsten würde ich zum Fazit kommen? Gerne Fazit. Ja. Gut, dann würde ich sagen, was da gehen wir für Punkte? Oh ja, Glasaugenbilder. Oh. Und wenn ich das anmerken darf, dieses eine Bild, was man zum Schluss sieht, verfolgt mich bis heute. Ja, es hat mich auch verstört. Aber du hättest niemals darüber nachgedacht, wenn du es nur so gesehen hättest. Absolut. Also dieses Bild wird mich noch eine Zeit lang verfolgen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, Berg, mach du den Anfang. Wie viele Glasaugenbilder vergibst du? Du hast 0 bis 5 zur Auswahl. Ja, also ich nehme mal wirklich einen soliden, unterhaltsamen Film, der mit 3,5 von 5 Glasaugenbildern ganz gut wegkommt. Ich finde die Prämisse einfach gut, wie du es schon gesagt hast. Die Idee ist schön, das Ensemble funktioniert, wie die Figuren untereinander sich verhalten, hat mir Spaß gemacht. Und die Schauspieler funktionieren da drin. Und auch das Setting, also dieses Lokalkolorit, so in Nordrhein-Westfalen, Ruhrpott-Ding, das haut einfach für den Film so, wie er ist hin. Macht Spaß, Bjarne Mädel macht ein super Ding, über den habe ich immer gelacht und auch die eine oder andere Idee ist cool, auch wenn es dann insgesamt einfach ein bisschen zu gewollt zum Ende wird und ein bisschen konstruiert wirkt. Aber ein großer Spaß ist es trotzdem. Werner, du bist dran. Ich schließe mich dem 1 zu 1 an, also auch von mir bekommt der Film 3,5 Glasaugenbilder, weil er wirklich eine ganze Menge an Unterhaltungswerte bietet und wie gesagt, der Kinosaal fast im Minutentakt gelacht hat. Also es gibt einige Probleme, es gibt einige unnötige Plots, aber der Cast funktioniert gut, der Humor funktioniert gut und insgesamt ist es eine gelungene Produktion und ein deutsches Produkt, was ich auf jeden Fall unterstützen würde. Also wer die Gelegenheit hat, sollte ihn sich auf jeden Fall im Kino anschauen, nicht nur weil er gelungen ist, sondern auch, wie gesagt, damit man das deutsche Kino mal ein bisschen unterstützt. Okay, ich bin dann derjenige, der hier am härtesten durchgreift, aber bei mir reicht es auch noch für drei Glasaugenbilder. Erste Hälfte super, wirklich ganz, ganz toll. Zweite Hälfte leider ein ziemlicher Krampf, aber liebenswert auf jeden Fall. Und damit sind wir durch. Super. Ja, super. Gut, dann würde ich sagen Adieu, ciao, ciao und dann dürft ihr euch noch verabschieden. Dann sage ich einfach nur mal, macht's gut. Genau, bis zum nächsten Mal. Wer von mir immer noch mal was hören möchte bei Stevens-Bollwerk, gerne. Ganz schlimmer, Carsten. Ja, kann man sich eigentlich nicht anhören, aber ich bin gezwungen, da jetzt Werbung zu machen, geht ja nicht anders. Außer, ich habe gehört, da gibt es irgendwie so ein Pitch-Special, wo ein Mitglied des Telestamptisch mitgemacht hat und gewonnen hat. Das ist eine schöne Ausgabe, die sollt ihr euch anhören. Genau, das machen wir und hören uns auch das nächste Mal bei Telestamptisch natürlich wieder. Macht's gut. Ciao. Tschö, tschö. Tschüss. Kiss Me Koscher, der neue und der erste Film von Schirill Pelek, kommt am 10.09. in die Kinos. Hallo, hier ist Mo vom Telestamptisch und bei mir ist die Nina. Hallo. Wir reden über den Debüt-Spielfilm und das ist eine chaotische Komödie, in der Kulturen aufeinandertreffen und sich zusammenraufen müssen. Ja, meine Lieblingsart von Filmen. Ist das? Nicht. Es kann mal charmant sein, aber naja, nicht immer. Oh, dieses naja klingt ja gleich schon so. Wir kommen dann zum Fazit, ist der kürzeste Cast ever, wir schaffen es unter einer Minute, aber nein, 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 nein. Wir geben dem noch eine Chance. Magst du die Story kurz zusammenfassen? Genau, also der Film dreht sich um Schira, sie ist Barbesitzerin in Tel Aviv und ist ganz dicke mit ihrer Oma, die Holocaust-überlebende Bertha, die mit ihr zusammen, also die reden einfach über alles, über Gott und die Welt und die Oma hat sogar in ihre Bar investiert, also die von Schira. Deswegen sind sie eigentlich mehr als nur Oma und Enkelin, sondern halt einfach Freundinnen, aber das ändert sich, als Schiras neue Freundin Maria nach Tel Aviv kommt. Sie ist Deutsche und das kann die Oma nicht akzeptieren und ja, die wollen dann auch so gar noch heiraten. Das findet Bertha halt gar nicht gut, weil ihre Enkelin sollte lieber nicht mit einer Deutschen zusammen sein und nicht nur auf der Seite gibt es Probleme, auch zwischen Schira und Maria gibt es Probleme, weil Schira ist halt eher so eine extrovertierte Frau, die halt auch sehr viele Affären und Geliebten hatte. Und mit denen kommt sie immer noch ganz gut klar, deswegen ist Maria sehr oft eifersüchtig und was auch noch dazu kommt ist, aus Versehen hat Maria Schira einen Heiratsantrag gemacht und das wirft das auch alles ein bisschen durcheinander. Ja, so sehe ich das auch. Die Bertha hat es ja auch nicht ganz leicht aus einem anderen Grund, denn die verheimlicht ja ihrer Familie gegenüber auch eine Liebelei, die sie hat mit einem Palästinenser und das ist das Äquivalent zu eine Jüde und eine Deutsche ist halt eine Jüde und ein Palästinenser ebenso wenig. Aber das Ganze hat schon so ein bisschen eine Einfärbung, wie ich finde. Die Oma spielt da halt die Karten immer so, dass es alles, was sie macht, steht nicht zur Debatte. Alles, was Schira macht, ihre Enkelin, das ist dann natürlich so das Thema. Genau. Also ich finde das auch, es ist eine, ich finde das eine schwierige Situation. Das ist klar, die Regisseurin ist selber, ja Israelin, beziehungsweise ich glaube, ich hatte irgendwas gesehen, dass sie in Venezuela aufgewachsen ist, wohnt aber in Deutschland und hat selber gesagt, dass sie da mit dem Film mehr oder weniger sehr halt übertrieben ihre eigenen Erfahrungen schildert, weil sie auch mit einer Deutschen zusammen ist, verheiratet ist. Und das, als ich den Film geguckt habe, hätte ich mir das aber nicht gedacht, dass sie selber ihre Erfahrungen da schildert, weil ich weiß es nicht, es ist alles sehr krass klischeebeladen. Das hätte ich von einer außenstehenden Person, so einen Hollywood-Typen irgendwie erwartet, aber nicht von einer Person, die halt sagt, ihre eigenen Erlebnisse da zu schildern. Das ist interessant, dass du das sagst. Hätte ich das, also hätte ich gewusst, dass es mit Absicht überzeichnet gewesen sein soll, dann hätte ich das vielleicht ein bisschen anders bewertet, das wusste ich nicht. Ich bin einfach reingegangen, ich habe mir auch den Trailer nicht angeguckt, das habe ich mir vor geraumer Zeit abgewöhnt. In den Trailern wird entweder zu viel oder gar nichts verraten. Ich dachte schon, wir haben hier eine Situationskomik, aber es war für mich wirklich zum Teil sehr aufgesetzt. Also die Jüdin ist super quirlig, die Deutsche ist super steif. Im normalen Leben würde ich sagen, die Ehe wird nicht überleben, die sind zu unterschiedlich. Die Ex-Freundinnen, die permanent im Film auftreten, das ist einfach auch zu viel. Was soll mir das sagen, außer dass die andere vorher ein wildes Leben hatte und jetzt ist sie bereit, sesshaft zu werden. Die beiden hatten wohl, das ist so diese Hintergrundgeschichte, die wird im Film nicht gezeigt, drei Monate super Zeit zusammen. Die haben sich da in Israel kennengelernt und in diesen drei Monaten eben verliebt. Dann kommt die Deutsche und aus Versehen macht sie einen Heiratsantrag. Es gibt keinen Grund an der Stelle, nicht direkt zu sagen, nee, so war das nicht gemeint. Aber es wird einfach erst mal durch den halben Film weitergetragen, bis das nachher nochmal Thema wird. Die Geschichte ist mir dann ab da auch viel zu transparent. Also man weiß dann genau, in welche Richtung das geht. Der Anfangs-Gag mit dieser Alarmanlage, die fand ich total doof. Und womit ich ein richtig großes Problem hatte, war tatsächlich mit der Synchro. Denn es ist hier komplett in die Buchs gegangen, weil sie vergessen haben, einige Sachen im hebräischen Original zu lassen. Die haben sie ins Deutsche übersetzt. Und wenn dann die Deutsche fragt, was hat deine Mutter gerade gesagt und sie hat Deutsch gesprochen in der Synchro, dann ist das total witzfrei. Da gibt es so zwei, drei Szenen, die mich einfach nerven. Da kommt der Nachbarjunge bei der Oma zum Nachhilfeunterricht und lernt Apfel zu sagen. Das macht überhaupt keinen Sinn, vorne und hinten nicht. Das ist total bekloppt. Und das spricht für mich halt eben für so ein bisschen, ja, das ist für mich eine schlampige Bearbeitung. Oder vielleicht die Angst, dass man bei einer Situationskomik auf gar keinen Fall Untertitel drin hat. Genau, ich glaube, das ist auch das Problem, dass man halt so ein bisschen Mainstream-ig gedacht hat. Das ist ja auch immer bei so Fernsehproduktionen für die Öffentlich-Rechtlichen. Das sind halt auch manchmal so irgendwie internationale Filme, in Anführungsstrichen. und dann ist halt der eine Schauspieler vielleicht, keine Ahnung, Italiener und der Film spielt in Deutschland und dann wird halt über seine, also er spricht dann halt, man sieht halt, dass er Italienisch spricht oder dass er irgendwas anderes sagt, als die Synchro dann sagt. Und das finde ich halt so unbeholfen und das ist hier nochmal unbeholfener, weil ich hätte das total, also das wäre für mich das Interessanteste an dem Film, weil sie halt unterschiedliche Sprachen sprechen, weil Maria und Shira reden dann Englisch zusammen, glaube ich, glaube ich gesehen, also an den Lippenbewegungen so ein bisschen erkennen zu können und dann Shira mit ihren Eltern, dann auf Hebräisch wahrscheinlich und dann Maria mit ihren Eltern und dann auf Deutsch. Das hätte ich total cool gefunden, so dieses, weil das macht für mich so einen Kultur-Clash irgendwie interessant. Ganz genau, das hätte dieses, genau, das hätte das nochmal unterstrichen, das bringt dieses Ganze, wir bringen hier verschiedene Kulturen zusammen und zwar in einem ganz kleinen Zeitraum, wir begleiten sie ja nicht besonders lang, indem auch die Eltern gar keine Chance haben, die Eltern ihrer zukünftigen Schwiegertochter kennenzulernen oder sowas und da ist das doch nur voll legitim, dass man alle aneinander vorbeiredet. Ja, ich hätte es auch schöner gefunden. Für mich ist das Ganze, man merkt doch genau, wie du gesagt hast, da sind so ein paar Facettstücke drin, die dafür sprechen, dass das Ziel schon ist, dass das irgendwann im Öffentlich-Rechtlichen irgendwo zu sehen ist und vielleicht in der Mediathek auch gesehen wird. Das ist, glaube ich, eine SWR-Produktion. Ja, okay, gut. Glaube ich. Ja, das unterstützt das schon, also auch so, wir sehen eine Band, die durch den Film getragen wird. Das habe ich auch nicht verstanden. Mal steht die Band an der Straße und singt Lieder, mal sind sie Teil der Hochzeitsgesellschaft, mal sind sie in einem Club. Und sie singen immer das Gleiche, ne? Die singen immer das Gleiche, da geht es immer um Heirat und Liebe. Das soll ja auch das wichtige Thema sein. Die Oma ist böser, dann sieht die Oma das ein, die Freundin will weg, dann bleibt die Freundin doch und dann will sie doch wieder weg. Dann sehen sie sich nach längerer Zeit wieder und dann ist das in Zeitlupe gedreht. Und das finde ich alles echt so ein bisschen sehr dick aufgesetzt. Und was mich auch persönlich einfach geärgert hat, ist, ich weiß nicht genau, ob man damit extra anecken muss, aber wieso müssen die Schnitzel essen? So Schweineschnitzel essen, wenn wir doch wissen, dass das in der jüdischen Religion einfach nicht vorgesehen ist. Und auch wenn sie vielleicht nicht orthodoxe Juden sind, dem Vater... Er hat vielleicht das Geflügelschnitzel, wer weiß. Ne, 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 ne. Das kriegt man schon ziemlich klar mit. Und sowas finde ich halt ärgerlich. Ich selber muss sagen, alle Schauspieler bis auf John Carroll Lynch sind mir komplett unbekannt. Ich kenne die beiden Hauptdarstellerinnen nicht. Ich kenne auch die Frau nicht, die die Oma spielt. Ich kenne wirklich nur den Vater von She-Ra. Genau. Den kennt man aus zig amerikanischen Filmen und Serien. Ist eigentlich ein guter Schauspieler, hat hier keine großen Auftritte. Wenn er was sagt, dann ist das meistens schon... Das ist witzig. Ja. Aber ich kann mich einfach diesem Ding nicht erwehren, dass ich das Ganze so aufgesetzt finde. Und ich glaube auch, dass man hat hier ganz viel Potenzial verschenkt. Also dieses Gefühl hat mich hier einfach begleitet. Ja. Ich finde auch, dass es halt... Klar, es ist halt auch ein Interview mit der Regisseurin gesehen. Und da hat sie, glaube ich, irgendwas von wegen gesagt. Es gibt so wenige... Also wenn es halt um queer sein, um eine lesbische Beziehung, dann ist es halt immer Drama, Drama, Drama. Das verstehe ich auch, dass man halt irgendwie das normalisieren will, dass man halt einfach einen ganz, in Anführungsstrichen, normalen Film haben will, wo die Protagonisten halt queer sind. Auch wenn es halt so ein Culture Clash geht. Weil es geht halt... Das fand ich halt... Das musste ich dem Film lassen. Das fand ich halt richtig schön. Es geht halt nicht darum, irgendwie, dass sie sich outen müssen, dass sie irgendwie damit zu kämpfen haben mit ihrer Familie, dass sie halt lesbisch sind oder so. Es geht halt einfach nur um... Wie in so Clash-Filmen so üblich ist. Es geht halt um zwei Kulturen, die aufeinandertreffen. Es geht halt nicht darum, dass sie queer sind und deswegen von der Familie halt verstoßen werden. Das fand ich halt richtig gut. Das ist mal nicht so eine behäbige Geschichte, so eine dramatische Geschichte, wo man halt weinen muss und sich irgendwie schlecht fühlt und so weiter. Das fand ich halt... Den Film dann doch lassen... Das fand ich halt richtig gut, aber... Ja, und da hätte ich mir halt eben gewünscht, dass man das Potenzial da ein bisschen mehr rausholt. Also ich finde es, genau wie du sagst, ich finde das spitzenmäßig. Queer, grün sein, blau sein, Kringel haben, ist mir vollkommen Wurst. Aber die Story muss stimmen. Und die Story hat ihr ganz viel verschenkt. Wenn wir schon davon ausgehen, dass das eben nicht... Und für mich ist das das Unwort des Jahres, ein Coming of Ages, sondern die beiden sind schon da, wo sie hinwollen. Und da, wo sie sind, haben sie auch ihr Leben. Und jetzt wollen sie, dass diese beiden Leben eben zusammenbringen. Da hätte man einfach mehr rausholen können. Ich glaube, die Schauspieler sind allesamt so, dass man... Da hätte man durchaus ein bisschen mehr erwarten können. Mir ist das viel zu brav. Und an den Stellen, an denen das aufgesetzt nicht brav ist, ist es plump. Also diese ganze Club-Szenerie zum Beispiel und sowas. Und halt eben die ständig auftauchenden Ex-Freundinnen oder so. Die tragen nichts zur Geschichte bei. Wenn die beiden sich in den Haaren kriegen, dann ist das so... Dann denke ich mir auch, ja gut, dann fahr wenigstens weg. Aber das macht sie ja auch nicht. Also, ja. Es bringt nichts Neues, ne? Nee, genau. Es bringt nichts Neues. Und ich kann hier auch schon direkt jetzt anschließen mit meinem Fazit. Auf einer Punkteskala von 1 bis 5, auf der wir uns hier beim Telestammtisch gerne bewegen, ist das für mich hier echt nur eine 2. Weil ich habe nichts Neues gelernt. Ich habe nichts gesehen, was ich nicht schon mal gesehen habe. Was ich immer gut finde, ist, wenn neue Filme gemacht werden, wenn junge Filmemacher neue Filme machen. Und ich verstehe auch, dass es Einstiegsfilme gibt, die man eher für ein breites Publikum macht und vielleicht eben auch für einen öffentlichen Raum. Und wenn das das Sprungbrett ist, was zu mehr Geschichten führt, dann ist das okay. Mich hat es halt einfach nicht gepackt. Ja, ich würde auch sagen so, ich würde dem sogar zweieinhalb geben, weil, wie gesagt, das fand ich halt richtig gut, dass es halt einfach eine, in Anführungsstrichen, normale Rom-Com sein soll oder sein will. Das, finde ich, ist leider ambitioniert noch. Aber fand ich halt gut. Ich fand es auch teilweise, zum Beispiel die Beziehung zwischen der Oma und Shira, fand ich halt ganz, ganz angenehm, dass sie halt so eine offene Beziehung miteinander haben und so weiter. Aber es ist halt alles so halbgar. Und deswegen zweieinhalb Punkte von mir. Ja, ist ja immer noch eine solide Geschichte, ist die Hälfte von fünf und insofern nicht. Und wenn er mal im Free-TV läuft, kann man sich den angucken. Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob das was für das große Kinopublikum ist. Und momentan, wenn der Film bei euch im Kino läuft um die Ecke, dann geht da rein, wenn ihr euch das anspricht und ihr unterstützt damit auch das Kino. Und da wissen wir alle, die Kinomacher haben das bitter nötig. Man macht da nichts Falsches, es ist eine seichte Unterhaltung. Genau. Aber nichts Besonderes. Genau. Nina, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Und wir hören uns sicherlich irgendwann mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Drück nie auf Knöpfe, die du nicht kennst. Hätten unsere beiden Freunde in dem Film, den wir heute besprochen werden, diesen Rat befolgt, dann wäre ihnen einiges erspart geblieben. Hallo, ich bin Mo vom Telestammtisch und bei mir am anderen Ende der Leitung sind zum einen die Janin. Hallo. Und der Piet. Hallo ihr beiden. Ja, einen ganz abgefahrenen Film werden wir heute besprechen und zwar Kin-Za-Za. Der Film ist von 1986, eine Sowjetunion-Produktion, die es bisher nicht auf DVD oder Blu-Ray geschafft hat, aber am 10.09. endlich veröffentlicht wird. Und jetzt fragt man sich natürlich 40 Jahre später, macht das noch Sinn? Das besprechen wir heute hier. Und zur kurzen Einführung hilft uns Piet jetzt ein bisschen auf die Sprünge. Ja, also es geht um zwei Männer. Die Namen sind jetzt im Prinzip egal. Im weiteren Verlauf ändern sich die auch nochmal. Die treffen vor einem Bahnhofsgebäude zusammen, in dem sie einem Obdachlosen helfen wollen. Der behauptet, dass er aus der anderen Galaxie ist, nein, Außerirdischer ist, der irgendwie auf die Erde gelangt ist und jetzt aber nach Hause will. Und der hat eine Art Fernbedienung in der Hand und da drücken die beiden drauf und auf einmal stehen sie irgendwo in der Wüste und wissen nicht, wo sie sind, ob sie noch auf der Erde sind, ob sie auf einem anderen Planeten oder in einer anderen Galaxie sind. Und das ist so die grundlegende Ausgangslage vom Film. Und von daraus entwickelt sich dann so ein ganz verrückter Science-Fiction-Trash-Film. Genau, so sehe ich das auch. Also, das ist eine Mischung. Es wurde mal beschrieben wie eine Mischung aus Per Anata durch die Galaxis. Monty Python trifft auf Mad Max. Ja, ich habe auch noch Parallelen zur Matrix gesehen. Ja, siehst du? Also, wir können die Frage, glaube ich, wir drei sind da einer Meinung, wir können die Frage, ob das Ding nach 40 Jahren noch veröffentlicht werden muss, ganz deutlich mit Ja! Absolut! Das Ding macht einfach einen Heidenspaß. Die beiden Typen, die da auf diesem Planeten stranden, wollen natürlich zurück nach Hause. Und auf diesem Planeten gelten andere Gesetze. Es ist zwar eine Zivilisation, die offensichtlich unsere überlegen ist, denn sie können interstellar reisen. Und Gedanken lesen, vor allem auch. Und Gedanken lesen, genau. Aber es ist halt eben auch eine Zivilisation, die nach wie vor eine Gesellschaft hat. Eine Klassengesellschaft, eine Mehrklassengesellschaft, und das ist hier herrlich schräg dargestellt durch Rituale, die ganz bestimmte Lebensgruppen ausführen müssen, wenn sie auf eine andere treffen. Es gibt da, wenn ich das jetzt richtig weiß noch, es gibt drei Leute. Es gibt die Plükkaner, es gibt die, ihr dürft mir da gerne helfen. Also es gibt die Tschatlanen, die Patsaken und die Iquilopen. Das alleine reicht schon. Ich bin schon wieder voll im Film. Die Iquilopen sind die, das ist quasi die Herrschaftsführung. Das sind auch die einzigen, die Waffen besitzen. Und die Patsaken, das sind eben die kleinsten von allen. Die haben sich in gewisser Weise immer darzustellen, wenn sie auf einen der anderen treffen. Ja, und auch auf sehr lustige Art und Weise. Die müssen immer so Kniebeuge machen und sich vorher ans Gesicht fassen, um denen halt so Respekt zu zollen. Die haben ja, wir haben ja auch, wir lernen im Film ja allerhand Wörter der plükkanischen Sprache kennen. Katza zum Beispiel. Es stellt sich nämlich raus, dass auf diesem Planeten Streichhölzer etwas ganz Wundervolles und Seltenes sind. Schatteln, zack, Pepelatz, Gravisapper. Kuh. 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 Selbstverständlich. Alle anderen Wörter, die man hier nicht kennt, sind Kuh. Und es gibt noch ein Schimpfwort, das heißt dann Kuh. Genau. Und es ist halt so, dass der Film ist damals rausgekommen, 86, da war der mittelmäßig erfolgreich. Er hat sich eine kleine Followerschaft erworben über ein paar Monate, hat aber die moderne russische Sprache tatsächlich geprägt. Es gibt ganz viele Leute, die Ausdrücke wie Gravisapper, Pepelatz oder Churchill für Geld halt tatsächlich noch kennen. Und es gab 2013 sogar einen Animationsfilm als Remake. Den habe ich aber noch nicht gesehen, der ist aber ganz oben auf meiner Watchlist. Ja, ist er bei mir jetzt auch auf jeden Fall, nachdem ich das hier gesehen habe. Man muss ja sagen, es ist diese ganze Dystopie, die wir da sehen. Das ist das eine. Das andere ist die Comedy, die hier so ein bisschen unterschwellig kommt. Wir haben alle den Film im russischen Original gesehen. Es gibt nämlich keine deutsche Synchronisation. Das wird sich auch mit erscheinen, der Blu-ray meines Wissens nicht ändern. Warum man das nicht macht? Ich meine, 40 Jahre sind eine lange Zeit, da hätte man sicherlich ein paar Sprecher zusammenkratzen können. Ich hätte auch was gemacht. Das ist aber kein Problem. Das würde sich mir nicht so richtig erschließen, weil das glaube ich, das ist ein bisschen schade, weil so bleibt der Film vermutlich Nische. Was denkt ihr? Ja, also ich denke auch, das ist ein Film, der wird sein großes Publikum nicht erreichen. Vor allem halt, wenn man den nur im russischen Original sieht. Viele Leute haben keine Lust, sich so einen Film anzuschauen. Wenn man den Trailer sieht, ist es halt schon ganz klar ein Trash-Film. Und dann fast zweieinhalb Stunden geht er, glaube ich, sich dann da hinzusetzen für einen Trash-Film mit nur im russischen Original. Das ist, denke ich, schwierig zu vermarkten. Ja, ich glaube auch, dass es schwierig ist. Nichtsdestotrotz finde ich, die Bilder, trotz alledem es Trash ist und mit wenig Mitteln realisiert worden ist, doch wo super ästhetisch. Also mir hat es richtig gut gefallen, mit den wenigen Mitteln, die sie da haben, haben sie doch eine wirklich starke Aussagekraft geschafft. Ja, ich muss auch sagen, also dieser Effekt, wenn die Raumschiffe landen und starten, das ist ja simple, also relativ simpel gemacht. Das ist halt Bühne und das Raumschiff ist gebaut und dann sieht man, wenn man ganz genau guckt, ab und zu auch mal einen Faden. Aber trotzdem wirkt der Effekt um Klassen besser als bei einigen Science-Fiction-Filmen, die in den letzten Jahren rausgekommen sind. Ging das nur mir so und habe ich was auf der Brille gehabt? Ich fand auch, der war relativ ordentlich technisch inszeniert. Aber ich finde auch, es ist ein Film, der genauso wie er gemacht ist, nur aus den 80ern kommen kann. So ein Film geht vorher und nachher, finde ich, passt er für mich gar nicht mehr in die Filmgeschichte, weil er einfach dieses Science-Fiction-Gefühl, was der Film einfach so klasse rüberbringt, das passt mit der ganzen Inszenatorik super zusammen. Und das ist auch sowas, weshalb ich Filme aus den 80ern sogar mag. Das ist Science-Fiction-Filme. Oh, Pete, da könnten wir hier ein ganz großes aufmachen. Das war ja meine Zeit, aber das machen wir, wenn wir die Zuhörer entlassen haben. Ich muss auch sagen, dass die Optik mir sehr gut gefällt und wenn man dann jetzt noch im Hintergrund weiß, das habe ich mir aber auch angelesen hier, Nerdy, wie ich bin, sie hätten besseres Filmmaterial, sprich bessere Kameras und Magnetbänder haben können und haben das aber abgelehnt, weil sie wollten, dass das Ganze so ein bisschen rusty, dusty, dirty ist und das tut dem Film super gut und auch die Charaktere und das ist wohl der Vergleich zu Mad Max. Alle Charaktere, die wir treffen, haben tatsächlich Klamotten an, die wir bei Mad Max gesehen haben. Die stehen dem im Kein nach, bis auf die kleinen Glöckchen an den Nasen. Also tut euch bitte, wirklich, also auch wenn ihr sagt, ach nee, hier 132 Minuten mit Untertitel, tut euch alle den Gefallen und guckt euch den Trailer an, der ist schon, der ist schon so gut, also das muss euer Herz einfach aufmachen. Ja, also ich muss auch sagen, ich habe die erste halbe Stunde wirklich nur gelacht, also es hat mich wirklich unheimlich erfreut, diese Bilder und auch Dialoge zu hören und die Bilder zu sehen und ich muss auch sagen, also mit diesen ganzen Themen, die sie da ansprechen, wie natürlich Rassismus, Umgang mit Flüchtlingen, Geld regiert die Welt, die Relativitätstheorie, damit fängt es ja auch an, ist der Film aktueller denn je, also gerade auch jetzt mit der Corona-Krise, mit diesem Obrigkeits, mit dieser Obrigkeitshörigkeit, immer diese ganzen Rituale tatsächlich auch durchzuführen und so weiter, finde ich, passt es, also konnte ich schon verstehen, dass der jetzt tatsächlich nochmal rauskommt, weil thematisch sehe ich da total viele Parallelen zu unserer heutigen Zeit. Ja, das gilt auch immer noch in der Sowjetunion, wo der Film halt einen Kultstatus hat, da ist der auch schon veröffentlicht worden. Man findet auch noch alte DVDs zum Teil zu recht horrenden Preisen, die aber auch nicht gedubbt sind und wo das Bild nicht überarbeitet wurde und jetzt mit der Neuerscheinung, die durch Bildstörungen verteilt wird, denke ich, also in meine Sammlung wird der kommen und das ist der erste Film, der tatsächlich nicht synchronisiert ist, auf keine Phase, also wo ich nur Untertitel betrachten muss, der überhaupt in meiner Sammlung aufgenommen wird, weil das ab, ich weiß nicht, ab Minute 16 spielt das keine Rolle mehr irgendwie, denn wir lernen ja, die wichtigsten Worte lernen wir und die sind in, die werden auch bei einer Synchronisation gleich geblieben, ne, Gravisapa, Churchill, Katza, Kuh, Kuh, und da macht das dann irgendwann, weil das ist nicht so, dass wir jetzt ja die massigen Dialoge haben oder irgendwelche erklärenden, ausschweifenden Erklärungen zur Zeitreise per se, sondern einfach, wir sehen die beiden, wie sie von A nach B nach C laufen, um einen Weg nach Hause zu finden, um nach Hause zu kommen, brauchen sie eben eine, eine Pepe-Latz-Komponente, die intergalaktische Reisen ermöglicht und die heißt Gravisapa und da fallen sie halt auf ein paar Schwindler rein und auf der Suche treffen sie halt auf die nerdigsten und seltsamsten Typen, die es so gibt und müssen halt ständig irgendwelche Rituale dabei machen, weil sie halt der kleinstmöglichen Rasse angehören, wenn man das jetzt mal so sagen will. Also diese Tänze, das Singen, das sind nachher auch dieses Mama-Lied, das Singen, diese alte russische Volksweise und damit quasi auf Tour gehen. Ja und auch, dass die sich die ganze Zeit eigentlich in so einer wunderschönen Wüstenlandschaft bewegen, wo darunter scheinbar Wohnen, Häuser, alles Mögliche, eine richtige Gesellschaft unter diesem, also unter diesem vielen Sand sich befindet und man sieht es selten, aber ab und an hat man einen Einblick da rein. Das spielt natürlich auch mit Neugierde und ja, auch mit der Imagination des Zuschauers. Da fand ich auch, hat es gut gepasst, dass der Film nicht versucht hat, viel mehr zu zeigen und sondern mit diesen geringen Mitteln verfilmt wurde und dadurch hat, also der Film hat nicht versucht, was viele andere Filme aus den 80ern versucht haben, mit dem Budget, das Budget, was sie haben, auszureizen, womit man dann aber nicht an gewisse Standards drankommt, sondern er sagt bewusst, wir nehmen ein kleineres Budget und machen damit einen Film, bei dem wir nur damit spielen, dass wir, dass wir irgendwie eine Welt hier, eine ganz große Welt haben und die sieht aber so aus, wie sie halt in dem Film dann aussieht. Ja, und es ist ja auch zu keiner Zeit irgendwie, dass man was vermisst. Also natürlich ist das hier nicht Blade Runner und man kann jetzt mal, wenn man hier die Brücke schlagen will, sagen, da wo Blade Runner zum Teil überlastet wirkt, sprich, die Großstadt zeigt, die also so voll ist mit Mensch, mit Werbung, mit Plakativen, mit Regen, mit Dunkelheit, ist es hier halt wirklich der Wüstenplanet Plück und alle Gebäude, die wir sehen, sind glaubhafte Reste von ehemaliger Zivilisation und was wir dann da untersehen, ist halt das, was vermutlich auch übrig bleiben würde, wenn unsere Welt mal untergeht, nämlich die metallischen Bauten von Industriegebäuden. Aber es wirkt zu keiner Stelle billig. Alles, was sie da benutzen, macht halt Spaß. Ich habe keine Ahnung vom Budget, das kann man nicht nachlesen. Gehe auch mal fest davon aus, dass das nicht besonders groß war. Dass der Film überhaupt rausgekommen ist, ist sowieso schon ein Wunder für sich, denn dass die russische Obrigkeit das damals zugelassen hat, ist nur der Tatsache zu verdanken, dass der Regisseur Georgi Daniela offensichtlich, man munkelt, ein paar Freunde, hohe Tiere in der Partei hatte. Es gab auch noch so ein paar Anpassungen, es durften ganz gewisse Worte nicht passieren, es durfte kein Alkohol getrunken werden. Das ist der Grund, warum der junge Geiger eine Flasche Essig mit sich rumträgt. Denn zum Erscheinen des Films kam ein, wer kam denn da an die Macht, wie hieß er denn, der mit dem Fleck auf dem Kopf? Gorbatschow. Gorbatschow. Was ich auch ganz schön fand, war dieses noch halb sichtbare Riesenrad, wo dann, als sie anfingen zu singen und zu tanzen, aus allen möglichen Löchern die Leute kamen und sich daran gefreut haben. War wirklich eine sehr schöne Szene. Ja. Ist aber auch so was, was nur für einen ganz kurzen Moment oder für diese eine Szene gezeigt wurde, was man dann nicht wieder verwendet hat. Das stimmt, ja. Aber ich habe noch mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich diese Zweiteilung überhaupt gar nicht verstanden. Die Zweiteilung war mal, weil der tatsächlich als Zweiteiler in die Kinos kommen sollte. Ja, aber trotz alledem verstehe ich es immer noch nicht. Weil der erste Teil endet ja irgendwie, dass der junge Geiger wieder in der Sowjetunion landet im Winter und mit seiner ehemaligen Lehrerin redet. Und sie dann sagt, ja, sie können nicht sechs Jahre weg sein und dann wieder herkommen mit fadenscheidigen Argumenten, warum sie sechs Jahre weg waren. Und dann fängt der Film ja wieder an in der Wüste und endet dann quasi wieder am Beginn. Ja. Ja, das ist, das habe ich auch nicht verstanden. Also jetzt weiß ich, was du meinst. Also das ging mir genauso, dass ich auch gedacht habe, wieso sehen wir das jetzt? Wir können nur davon ausgehen, uns fehlen bei der Variante, die wir gesehen haben, glaube ich, noch ein paar Minuten. Es gibt eine 127-Minuten-Fassung oder eine 132-Minuten-Fassung. Entweder ist es in der einen drinnen und müsste raus oder es ist der anderen oder es fehlt eine Zwischenszene, das weiß ich nicht. Wie dem auch sei, der Film hat, ich glaube, das ist nach einer Stunde zehn oder so was, hat er einen Break und dann steht dann Ende des ersten Teils und dann geht es halt aber nahtlos weiter. Ob das auf der Blu-ray-Veröffentlichung genauso sein wird, weiß ich nicht. Ich tue das jetzt mal ab, das ist ein kleiner Fehler, denn am Ende macht dieser kurze Ausflug keinen Sinn mehr. Da gebe ich dir recht, weil sie kommen, das ist jetzt auch kein Spoiler, natürlich kommen sie zurück auf die Erde, das ist auch zu erwarten. Das sind ja zwei ganz normale russische Menschen, aber sie kommen halt zurück und haben eigentlich keine Erinnerung mehr an ihr Erlebnis und landen auch wieder auf diesem Moskauer Vorplatz, kurz davor dem Bahnhof. Aber dann passiert halt was, wo die beiden sich dann wieder erkennen, wo es auch sehr charmant gemacht wurde, finde ich. Also dieses Knicksen und die Arme auseinander, das ist so der Tanz, den sie aufführen müssen. Wirklich, guckt euch den Film an. Ja, Lothar. Ja, wir geben uns hier wirklich Mühe, euch den schmackhaft zu machen, aber man kann so ein paar Sachen, die musst du einfach sehen, weil wenn die verschiedensten Charaktere in diesem Film diese Bittstellungen machen, diese Tänze, dieses Knien beugen oder Nasenglocken tragen, das kommt lange nicht so gut rüber, wenn wir das erzählen, als wenn ihr euch das anseht. Nee, es sind wirklich so super viele kleine Details, auch die Gesichter der Schauspieler, die sind so gezeichnet und so wunderbar und der Humor, der schwingt eigentlich die ganze Zeit mit. Also diese Satire, das macht total Spaß anzuschauen. So ging es mir auch, dem Piet auch. Absolut. Da sind wir uns alle einig. Wir machen es kurz, denn die Leute wollen jetzt losnehmen. den Film sehen. Besorgt ihn euch auf Blu-Ray, unterstützt ihr diese kleine Wiederveröffentlichung. Trailer gibt es auf YouTube, gibt auch ein bisschen längere Sachen da auf YouTube zu dem Film. Schaut euch das gerne an. Mein Fazit ist, ich sehe das Ganze so ein bisschen als Nischenperle, als wir haben 0 bis 5 zur Verfügung, die wir vergeben können. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen 0 bis 5 paar Zacken. und für das, was er ist, landet der bei mir mit, kriegt er 4 paar Zacken von mir. Der ist jetzt natürlich nicht der letzte Schrei, das ist jetzt nicht ein richtig geiler Hammer-Thriller, der dich monatelang beschäftigt, aber das ist einfach richtig, richtig gute Unterhaltung. Charmant, toll gedreht. Die Schauspieler machen alle einen tollen Job, finde ich. Die Story, da kannst du folgen. Die Bilder sind toll. Ja, also bei mir bleibt das so. 4 von 5. Also da würde ich mich zu 100% anschließen. Ich glaube, ich sehe das genauso wie du und gebe dem auch 4 von 5 paar Zacken. Also ich fand ihn wirklich fantastisch, nur mit dieser einen Irritation. Das hat mir noch ein bisschen nachgehangen. Ich würde ihm sogar 4,5 paar Zacken geben. Ja Mensch, also 4, 8, 12,5. Sensationell. Wann hat das letzte Mal ein Film so abgeschnitten? Da musste ich wirklich mal gucken. Ich glaube, Tennant hat gerade 15 gekriegt. Wir sind hier nicht weit weg. Gut, es hat mich gefreut. Mich auch. Ja, es hat Spaß gemacht. Dann reden wir jetzt hier noch ein bisschen weiter über 80er Filme, Piet. Ich glaube auch. Und die anderen Leute entlassen wir in den Abend oder den Tag, je nachdem, wann ihr das hört. Macht's gut. Ciao. 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 Vielen Dank.